So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Minus. Das Format, das keiner braucht und das schon ewig jetzt auch nicht mehr gemacht wurde. Ich habe es ja letztens verkackt, in der GBL irgendwie meine Belohnung abzuholen. Ich wollte da extra mal ein Sternstück anmachen. Zwölf, zwölf Kilometer Eier brüten, wenn die aufgehen und dann gleichzeitig auch in die GBL reingehen, damit ich eben die Season-Belohnung abhole, diese riesen Batzen Staub, den es da gab. Leider hatte ich kein Sternstück an, habe keine Eier gebrütet, wollte mir ein Team erstellen. Du musst ja fürs Team erstellen hier rein, sollte für den Raid sein. Jetzt habe ich da die Belohnung bekommen, obwohl ich die gar nicht wollte und ja, jetzt stehen wir wieder bei Null. Ich habe es trotzdem geschafft, auch letzte Season, wo ich voll wenig gespielt habe, wieder auf Rang 21 zu kommen. Und wir sind jetzt hier bei Rang 1 und wollen wieder mal rein starten. Es ist jetzt schon eine Woche lang die Superliga da. Es ist ein Mini-Dschungel-Cup, glaube ich, auch gleichzeitig da. Der wechselt dann am Montag jetzt auf... Am Montag? Morgen? Morgen? Der wechselt auf jeden Fall irgendwann, ich glaube morgen, am 9. Der wechselt irgendwann jetzt auf einen Psycho-Cup. Ich möchte mich aber in der normalen Superliga betun und habe da jetzt schon ein Problem. Ich habe normalerweise immer ein schönes Meditalis genommen am Ende hin in den letzten Folgen. Habe das jetzt mittlerweile gepusht auf Level 50. Deswegen kann ich das nicht mehr nehmen. Habe jetzt als Ersatz dieses hier genommen. Konter-Eishieb-Steigerungshieb, was nicht die besten Attacken sind. Dann habe ich ein Azumarill gehabt, habe das gepusht in Max Out Monday, weil ich das pushen musste. Wurde ja vorgeschlagen. Habe jetzt auch keins mehr da, müsste mir ein neues basteln. Ansonsten bestand mein Team ja eigentlich immer aus Dioxys in der Führung. Dann ein Registil zum Reinwechseln und einem Azumarill. Jetzt habe ich irgendwann ja mal ausgewechselt und habe dann das genommen, weil das richtig gut war am Anfang und Spaß gemacht hat. Jetzt habe ich gehört, dass alle sagen, Mosquito ist doch in der Führung und in der Superliga so ein Brüller. Ich habe keine Ahnung, ich habe mit Mosquito noch nichts gemacht. Ihr musstet den auch aus der Forschung nehmen, weil der Level 15 hat und unter 1500 ist. Weil ich Mosquito aber so richtig genial finde, möchte ich heute mal Mosquito ausprobieren. Den müssen wir aber nochmal pushen. Einen Push auf 14,77 kriegt der hier von mir. Dann möchte ich gerne eine zweite Ladeattacke, wozu ich aber 100 Bonbons brauche. Das ist jetzt also alles ein bisschen kostspielig. Ich gebe mal ein paar Sonderbonbons hier drauf, dass ich dem eine zweite Ladeattacke geben kann. Jetzt habe ich genau ein Bonbon vergessen, muss nochmal drauf. So, gebt ihm jetzt noch eine neue Ladeattacke und möchte den mit Condor, Steigerungshieb und Anfallen wahrscheinlich spielen. Stachelfinale weg, Anfallen rein. So, versucht man den jetzt mal mitzunehmen. Condor, Steigerungshieb, Anfallen. Ich habe aber immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, was nehme ich sonst. Eigentlich ersetzt er das Mosquito mit seinen Kampfmoves unser Meditalis. Eigentlich ersetzt es gleichzeitig aber auch das Dioxys, weil ich das ja auch sonst mit Condor gespielt habe in der Führung. Wenn ich das jetzt habe, wäre ja also ein Azumarill wieder gut, aber das müsste ich mir jetzt auch erst wieder ranbasteln. Müssen wir jetzt auch machen. Wir ziehen das mal hoch Richtung 1,5. Das hat mega schlechte PVP-IV, aber für Rang 21 am Ende sollte das reichen, mit dem ein paar Sachen zu machen. Dem geben wir ja auch noch eine neue Ladeattacke. Da ist der ganze Staub wieder weg. Wir haben jetzt hier Blubber, Hydro-Pumpe und Eisstrahl. Es ist, Hydro-Pumpe wird eigentlich empfohlen mit Eisstrahl oder Hydro-Pumpe wird empfohlen mit Knudler. Ich habe die ganze Zeit Eisstrahl und Knudler drauf gehabt. Ich weiß nicht, ich versuche es jetzt einfach mal so zu spielen. Mit Hydro-Pumpe, Eisstrahl. Also wir nehmen Azumarill rein, wir nehmen Mosquito rein und jetzt weiß ich nicht, was nehme ich denn als drittes? Diesen Tank mit Zielschuss, Fokusstoß, Lichtkanone, der hält viel aus, aber gefühlt, bevor der Mann einen Move macht, ist der schon immer tot. Das noch mit rein ist eigentlich unsinnig, oder? Das mit rein, ich weiß es nicht. Das wäre was, was ich halt immer in der Führung hatte. Ich habe keine Ahnung. Superliga ist, ich habe immer das gleiche Team gehabt, ist nicht mehr da. Ich muss mir jetzt einfach was abbasteln. Wir probieren es jetzt einfach mal völlig random hier mit Mosquito, mit Azumarill. Und wir nehmen halt jetzt Regi Steel mal rein. Mal gucken, ob das was bringt oder nicht. Wenn nicht, probiere ich irgendwann mal die Oxys aus, statt Regi Steel. Aber ich hasse die Superliga. Ich mag keine Superliga. Geht bitte weg mit Superliga. Ich freue mich immer, wenn es die Meisterliga gibt. Dafür raide ich viel, dass ich viele XL-Bombombs habe, dass ich viele Legendäre mit möglichst guten IV habe, die möglichst hoch gepusht werden können. Da ist meine Sternstunde, um auf Rang 21 zu kommen. Aber hier die ersten 10 Ränge sollte man ja hier auch eigentlich gut schaffen. Jetzt haben wir hier einen Toxikack als Gegner. Da bin ich schon wieder. Was mache ich? Was macht der? Wir machen beide nichts. Das sieht doch gut aus. So. Ich habe keine Ahnung mit Zählen, mit anderen Sachen, mit Effektivitäten. Ich bin ewig weit raus hier. Ich wüsste nicht mal, was hat er denn für Attacken? Schlamm. Das ist was, was man eigentlich nicht schildert, so wie es aussieht. Hat der mich auf jeden Fall blau angezeigt. Machen wir jetzt mal Anfallen hier drauf. War das jetzt rot? War das nicht? Sein Angriff sinkt. Das ist aber schön. Wir machen einfach mal... Ey, ich habe schon auf Steigerungshieb gedrückt. Der war schon voll. Wieso habe ich nicht vorhin Steigerungshieb gemacht? Einfach so. Nochmal Schlammbombe. Sieht gut aus. Jetzt hat es unseren Steigerungshieb eingelockt. Der pumpt sich hier auf. Guckt, wie die Arme immer dicker werden. Das ist richtig stark. Der knallt jetzt einmal hier drauf. Machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden. Schaffen wir es denen noch runter zu wühlen. Er ist tot. Wir sind aber auch gleich tot. Wir können aber nochmal den Steigerungshieb machen. Aber er hat Voltula. Das ist diese große gelbe Spinne, oder? Was macht man denn bei Voltula? Das ist Elektro. Da kann ich nicht meinen Azumarill reinholen. Der hat auch Käfer. Ich hole Registrile rein. Aber ich sehe schon, dass der gut Schaden macht bei mir. Aber er hat keine. Er hat kein Schild mehr. Ich gehe hier auf Stahl. Stahl gegen Elektro. Das ist doch eigentlich auch Quatsch. Nicht so effektiv. Ja, das passt. Ich muss auf jeden Fall irgendwie überleben. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich das gut aushalte. Was auch immer der gerade macht. Energieball. Was ist das? Nichts. Gut. Geh weg mit deinem Energieball. Der lässt mich kalt. Ich dreh durch. Noch ein Energieball vielleicht. Den würde ich auch noch gut wegstecken. Es ist das erste Match schon. Und ich fühle mich jetzt ehrlich in der Weltmeisterschaft im Sack hüpfen. So. Hier Lichtkanone. Du bist immer noch drin. Das heißt, du bist tot. Und ich habe immer noch meinen Azumarill. Das Azumarill ist ja eigentlich was Starkes. Was gut Schaden macht. Traunmagiel. Ich habe noch nie gegen Traunmagiel gekämpft. Geist. Ich habe noch ein Schild. Mache ich Schaden? Macht er Schaden? Was machen wir eigentlich? Blubber. Er macht keinen Schaden. Ich habe viel Verteidigung. Er hat gar nichts. Ich würde mal hochgehen bis auf... Ich schilde einfach. Mir egal. Ich habe jetzt Schiss. Ich schilde einfach. Finster Aura. Ich gehe mal hoch bis auf Hydro Pumpe. Das ist der große Move. Er kann schon wieder angreifen. Hat er mich die ganze Zeit geflaxt oder was? Finster Aura. Aber zieht nicht viel ab. Hydro Pumpe. Muss sitzen. Komm, das ist ein starker Move. Ich habe extra nicht Knudler gespielt. Ich habe extra Hydro Pumpe genommen. Weil das immer so angezeigt wird. Auf diversen Seiten. Dass das wohl ganz gut ist. Es dauert 3000 Jahre, bis es hier weiter geht. Ich glaube, das Spiel hängt schon wieder halb. Und er ist tot. Das erste Match. Das erste Mal Mosquito. Das erste Match. Der erste Sieg. Oh. Was wohl keine Leistung ist. Weil. Naja. Im Endeffekt heißt es wieder, das sind gar keine richtigen Gegner. Und das sind jetzt nur noch Bots, die da spielen. Und da gewinnt man eh immer. Warum war es dann so knapp? Ich wäre fast gestorben. Der hätte fast gewonnen. Bitter. Ein Bitter mit Kyros, bitte. Bantymos. Schwache Verbindung. Der rupft mich komplett auseinander. Wir wechseln mal. Warum hat er einen Psycho-Pokémon vorne drin? Wir sind sehr effektiv. Das ist sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal auf nichts. Weil er seinen Move schon einsetzt. Ja, wir lassen es mal durch. Obwohl, eigentlich brauche ich das Azumarill. Das ist sehr gut hier gegen den Herren. Ey, wir gehen jetzt auf Hydro-Pumpe. Lass den mal durch. Ich habe noch nie gegen Pandymos gekämpft. Und jetzt kommt er mit Pandymos. Gerade dann, wenn ich einen Kampf-Pokémon habe. Das passt doch schon wieder alles nicht zusammen. Mann, 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 Mann. So, der hat abgewehrt. Okay, wir lassen das durch. Wir gehen jetzt auf Eisstrahl. Obwohl, er wird dann merken, oh, der setzt seinen Move jetzt schneller ein als vorhin. Der hat bestimmt jetzt Eisstrahl oder was anderes. Deswegen wird er wahrscheinlich nicht abwehren. Aber Hauptsache, er ist 50.000 Mal dran. Aber egal. Mein Osterei ist gelb. Das sieht übrigens sehr toll aus. Jetzt denken die Leute wieder, ah, der Ramses nimmt also Shinies. Weil die Shinies machen ja mehr Schaden in der GWL. Ne, das Problem ist, die, die nicht shiny sind, habe ich meistens als 100%ige und hochgepusht. Sodass die alle Ligen überschreiten und ich da jetzt darauf angewiesen bin, ein richtig schlechtes zu nehmen, was ich nicht gepusht habe. Und richtig schlechte, mit schlechten TV, bleibt meistens nur noch Shinies übrig, weil die bleiben wie gefangen einfach unten hängen. So, ich habe noch zwei Schilde. Soll ich mal eins nehmen? Ich weiß nicht, was danach kommt. Aber der ist ja gut gegen Pandimons. Der ist auch gut gegen seinen Flunschlik. Also ich würde mit dem jetzt noch ein bisschen weitermachen. Hol mal deinen Flunschlik nochmal rein. Ich würde sagen, du hast Drache. Pass mal auf, ich habe Eisstrahl. Du musst jetzt schilden. Was willst du denn auch sonst machen? Und dann hast du kein Schild mehr. Und dann kann ich doch jetzt... Er hat aufgegeben, er hat aufgegeben. Zweiter Kampf mit Moskito. Und er gibt auf. Auch wenn das Moskito gar nichts gemacht hat. Großartig. Aber Azumarill, das ist ein gutes. Das musst du auf jeden Fall behalten. Mit Registil gehe ich immer noch nicht konform. Keine Ahnung, was man mit Registil eigentlich... Vielleicht doch Dioxys rein. Vielleicht zusätzlich nochmal Meditalis. Am besten mit fünf Pokémon kämpfen, wenn er nur drei hat. Aber du siehst, er kommt mit einem Pandimons. Und dann ist schon alles wieder egal. Smetpo. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das kommt niemals an die 1,5. Es ist bei 1,3. Und er ist sehr effektiv gegen mich schon... Was ist denn das jedes Mal? Weil der Flug hat, wahrscheinlich. Der hat Flug, der ist brutal. Moskito. Das ist eine Qual. Wir haben jetzt gewechselt. Ihr seht, wir haben richtig fett Schaden gemacht. Und er nicht. Wir haben nicht mal geschildert. Er hat Flug. Wir haben Eis. Er muss schilden. Sonst ist er tot. Azumarill ist wieder der Boss. Er ist tot. Er ist einfach komplett weg. Jetzt Gift. Was weiß ich, was wir mit Gift machen. Aber ich kann ja eh nicht wechseln. Wir halten immer noch gut dagegen. Ich habe schon wieder mein Eis strahlvoll. Lohnt es sich dann... Moskito zu holen? Aber ich bin ein Käfer. Der hat Gift. Ist Gift gegen Käfer schlimm? Kann man einen Käfer vergiften? Ich muss googeln immer nebenbei. Mach mal Google auf hier. Mach mal hier. Mach mal da. Mach mal sonst was. Schon wieder Eis. Jetzt hat er nur mal was. Wer kämpft der mit Wallbeat? Ich habe auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist einer, der ist wie ich. Der macht auch einfach irgendwas. Aber das sieht nicht aus wie ein... Ich habe mir da mal ein Team gebastelt und bin jetzt heftig der Boss. Das wirkt auf jeden Fall anders. Guck mal, der kommt auch gar nicht dazu, überhaupt mal einen Chargemove einzusetzen. Eisstrahl in your face. Und es hängt wieder tausend Jahre. Wahrscheinlich ist er schon wieder rausgeflogen. Spielt gar nicht mehr mit. Ich habe immer noch zwei Schilde. Ich freue mich jetzt richtig krass ab hier. So, wollen wir mal ausprobieren, wenn wir Moskito nehmen, was passiert. Ich komme rein mit Moskito und mache so, ey, guck mal, ich bin Moskito. Ich mache jetzt hier Anfallen. Du stinkst, weil du schwebst in der Luft und machst komisches Zeug. Nichts sehr effektiv. Angriff sinkt. Wir lassen mal nicht durch. Wir haben ja noch zwei Schilde. Ich möchte, dass Moskito jetzt auch mal was macht. Ich möchte nicht umsonst 100.000 Staub ausgegeben haben. Und 100 Bonbons, vor allem 100 Sonderbonbons verbraucht haben. Dafür, dass der jetzt nichts macht. Drittes Match. Drittes Moskito-Ding. Dritter Sieg. Richtig brutal. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Ich habe ja, wie gesagt, schon lange keinen Ramses Minus mehr gespielt. Ich habe ja sonst immer drei Sets gespielt. Das war dann immer fast eine Stunde, wie es gedauert hat. Hier könnte es sein, dass es 45 Minuten sind. Die Superliga geht ja schnell. Wir können auch machen. Wir spielen so lange, bis wir verlieren. Und dann sind wir raus. Beziehungsweise das Set, wo wir gerade angefangen haben, das müssen wir natürlich noch fertig spielen. Aber ich sehe ja andere, die machen 20 Minuten Folgen. Und das passt. Da muss ich ja nicht unbedingt jetzt hier eine Stunde immer machen. Das schreckt ja viele Leute vorher ab. Da lieber mal zwischendurch was eingeworfen und dann passt das. Eigentlich hätte ich jetzt Steigerungshieb machen müssen, als der voll war. Das hätte mir wahrscheinlich mehr gebracht. Raikou ist am Start. Ach komm, ich bleibe einfach drin mit meinem. Ich kann eh keinen Azumarill reinholen. Und solange der noch irgendwelche Schilde hat, machen wir jetzt weiter. Hier Steigerungshieb drauf. Zack, 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 Angriff. Steig, sehe mich an. Du hast geschildert, ich schilde auch. Damit ich die nächsten Steigerungshieb drauffette, so stark und mächtig werde, dass du nichts machen kannst. Ich feiere Mosquito einfach enorm. Und dabei wusste ich nicht mal, dass der in der GBL irgendwas nutzt. Ich feiere den einfach, weil der halt wirklich aussieht wie so ein Wrestler. Ich mag alles, was irgendwas mit Wrestling zu tun hat. Aber nicht so kitschig, sondern so richtig krass und brutal. Ausdoss, komm, noch ein Steigerungshieb. Machst du den auch noch weg? Pump dich auf, spannt den Bizeps an. Guck dir das Ornir hier. Der sieht aus, ey. Der sticht dem Gegner gleich das Auge aus. So, mit was kommt er rein? Er hat auch noch, was hat er denn noch gehabt? Er hat noch seinen Mogelbaum, immer noch. Und Mogelbaum ist auch weg. Alles mit einem Mosquito abgerissen. Wir reißen alles ab mit Mosquito. Mosquito reißt alles ab, genau. So, ein Kampf ist, glaube ich, noch von 5. Jetzt fühle ich mich wieder richtig gut, ja. Wenn es läuft. Aber theoretisch könntest du auch alle 5 Kämpfe verlieren und würdest ja trotzdem in den nächsten Rang aufsteigen. Aber, wenn man unten natürlich viel macht, steigt man mit so einer hohen Punktzahl ein. Oh, steigt man mit so hoher Punktzahl ein. Ey, ich habe ja auch hier richtig fett Schaden gemacht. Was ist denn das? Jetzt habe ich Blubber gehabt und er ist fast tot. Jetzt checke ich gar nichts mehr. Das ging mir viel zu schnell. Du steigst dann mit so hoher Punktzahl ein auf Rang 20. Ich bin normalerweise, wo du 2000 Punkte haben solltest, habe ich 2180 gehabt das letzte Mal, weil ich unten halt so viel gemacht habe. Hier kann ich leider auch nicht mehr viel machen. Der wird mich jetzt komplett auseinandernehmen. Ich komme nochmal dazu, einen Eisstrahl zu machen, aber der hat ja den Braten gerochen, dass ich eh nur Eisstrahl mache. Deswegen wird er da... Ey, der währt nicht ab. Okay, ich bin tot. Jetzt Mosquito wieder rein, weil wir haben doch Kampf. Konda, hauen wir drauf. Bam, bam, bam. Mach den wenigstens weg. Er macht ihn nicht weg. Was kann der machen? Eis? Dings, Bums. Ich schilde einmal ab. Ich weiß nicht. Der hat bestimmt Energieball, Pflanze. Okay. Wäre jetzt nicht so krass gewesen. Wechsel bitte nicht aus. Lass mich einmal wenigstens vorbei. Vorbei trullern. Ja. Volta russ. Das dürfte doch auch in meinen Karten spielen. Hat er nicht Stahl. Steigerungssieb. Hier, guck mal, wie das fetzt. Und jetzt komme ich. Mach jetzt Schaden. Mach noch einen Steigerungssieb hinterher. Der hat noch seinen Dioxus. Ich weiß gar nicht, warum das extrem viel bei Dioxus vorhin abgezogen hat. Dioxus ist doch Psycho. Ich bin doch Kampf. Warum hat er das abgezogen? Ich verstehe es nicht. So, wir hauen nochmal drauf, dass wir einfach überpowert sind und dem einfach einen mitgeben und dann unsere Schilder auch alle noch haben. Außer eins. Alle außer eins. Pass. So, jetzt kommt er rein. Ich bin tot, oder? Pass. So, jetzt kommen. Los, Ricky Stiel. Mach auch mal was. Der hat zweimal so gemacht und dann ist es einfach umgefallen. Richtig stark, richtig stark. Gute Runde. Total schwachsinnige Runde wahrscheinlich. Das hätte jeder gewonnen, ne? So, wir haben alle fünf gewonnen. Hier zeigt es uns an, wir haben gar nicht gekämpft. Sehr gut. Wir gehen mal kurz raus. Wir gehen nochmal rein. Ah, wie Sie sehen, ne? Die Pokémon-Belohnung hole ich immer als letztes ab. Da möchte ich mich immer überraschen lassen. Ein Pisnir ist am Start. Pisnir, zack, raus, abholen, Aufstieg, zwei. Weiter geht's. Wollen wir das Pisnir bewerten? Eigentlich hätte ich erst die Sendung zu Ende machen müssen und dann am Ende bewerten, wie gut was war oder wie gut nicht. Das war nicht gut. Können wir gleich so sagen, wie es ist. So, wir gehen auf den nächsten. Wieder Superliga, wieder Mosquito. Also, ich habe alle fünf gewonnen. Das heißt, die Sendung geht weiter. Wenn ich den ersten jetzt verliere, muss ich trotzdem das Set fertig machen. Aber wir sind erstmal ins nächste Set auf jeden Fall reingestartet. Frustetje, das ist sehr gut. Das ist doch Eis. Da kann ich doch draufhauen. So, eins, zwei. Nicht sehr effektiv. Weil der Geist hat als zweit. Weil der Geist hat als zweit. Reicht schon. Nicht. Warum macht er es so komplett kaputt? Mein Angriff steigert sich. Ich lasse mich jetzt in Ruhe. Vielleicht soll ich mal mit Käfer angreifen. Der Käfer gegen Eis ist nicht gut. Ich weiß nicht, was der macht. Was hat er für Attacken? Lawine. Ich bleibe jetzt einfach weiter beim Steigerungs-Heap, bevor ich jetzt großartig rumexperimentiere. Ihr könnt gerne Tipps in die Kommentare schreiben. In welcher Situation man welche Attacken, welches Pokémon hätte besser nutzen können und sollen. Ich habe ja theoretisch gar nichts anderes, oder? Ich brauche jetzt nicht hier mit Azumarill kommen. Ich bleibe also bei ihm einfach. Und hoffe, dass wir ihn besiegen und so stark sind und gegen den zweiten effektiv sind, dass wir mit zwei, drei Schlägen noch gut Schaden machen. Ich verlasse mich komplett einfach auf unser Herzilein. So, und er hat Toxikack. Toxikack. Was wäre denn jetzt mit Anfallen? Ich habe keine Ahnung, was Anfallen jetzt macht. Normalerweise haben die Leute immer Voltula gegen mich und egal, was ich habe, Voltula hat mich immer komplett umgebracht. Hier ist es wohl anders. Obwohl ich jetzt mehr Schaden gemacht habe als am Anfang. Kommen wir mal rein mit dem Azumarill. Wir haben eh keine Schilder mehr. Aber wir müssen seins noch rausloggen. Dann würde ich erst auf Registil gehen und versuchen, einen großen Move zu landen. Matschbombe ist sehr effektiv. Okay, okay, okay. Macht er nochmal Matschbombe, bin ich weg. Wahrscheinlich macht er nochmal Matschbombe. Nein, auf der Wind. Ich habe nichts gemacht. Jetzt komme ich. Ja, und versuche hier ein bisschen rumzuwischen oder was. Wie doof ist das denn? Vor allem, was macht man hier dagegen? Fokus-Stoß. Steigert Fokus-Stoß meinen Angriff? Senkt Fokus-Stoß meinen Angriff? Ich weiß es nicht. Irgendwas war. Kraftkoloss war das, glaube ich. Kraftkoloss hat den Angriff gesenkt. Ey, ich spiele so selten GBL. Ich hänge da drin. Das macht mich alles nieder. Schaffen wir es, wenigstens einmal den Fokus-Stoß durchzuziehen, um zu gucken, was der macht oder ob sich das überhaupt auswirkt oder nur ab und zu oder ob der trifft oder wie viel Schaden der macht. Der hat ihn auf jeden Fall abgewehrt. Es steht nichts da. Ich glaube, der wirkt sich nicht irgendwie auf meinen Status mit aus. Dumm. Reingeschossen. Okay. Ja, das Ding geht an dich. Das heißt, okay, das Set machen wir noch fertig. Dann ist Feierabend, weil steht ein bisschen unter Zeitdruck auch. Ich muss das nämlich alles noch hochladen und noch fertig machen und dann muss ich schon wieder weg und dann, ja, 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 ja. Und es muss alles fertig sein, bevor der Stream anfängt, weil ich ja nicht, während ich streame, gleichzeitig irgendwas hochladen kann und exportieren. Da gibt es wieder Probleme mit dem PC. Also machen wir zwei Sets. Wir haben hier Flunschlik. Flunschlik hat... Jetzt muss ich wieder gucken, was passiert. Boden und Elektro. Ja, aber ich mache gerade Schaden ein bisschen. Also würde ich jetzt erstmal kurz so bleiben und mir das weiter angucken. Ist er stark gegen mich mit Elektro? Ladungsstoß. Na ja, das ist okay. Wir machen schon mehr Schaden. Ja, haben wir uns ja ein bisschen aufgepusht. Wenn ich keine Ahnung habe von Superliga, immer Moskito nehmen und die ganze Zeit draufrotzen. Wird schon funktionieren. Angriff steigert sich nochmal. Ich schilde jetzt einmal. Azumarill gegen Boden wäre jetzt natürlich interessant, aber ich weiß ja nicht, was er noch hat. Und er hat ja wieder hier seinen Elektromist. Also das ist sehr brutal, wenn er mich da ausnockt. Also lassen wir es lieber so, wie es ist. Jetzt hätte ich vielleicht gar keine Attacke gebraucht. Vielleicht wäre er umgefallen. Vielleicht hätte er auch eine gemacht. Ich wäre umgefallen. Da bin ich immer ein kleiner Schisser. Deswegen zünde ich lieber die Attacke. Haut drauf und seht ihr, hätte ich die nicht gemacht, hätte er seine gemacht und ich wäre eh weg. Habe ich lieber meine gemacht. Er hat ein Schild genommen und bringt mich jetzt um. So. Das Stück werde ich doch jetzt aber mit Azumarill schaffen. Ohne, dass der mich grillt. Welser. Ist doch auch wieder Boden oder nicht? Ist Boden aber gleichzeitig auch Wasser. Hat der auch irgendwas? Matschbombe oder sowas? Schlammbombe. Gut, das trifft mich nicht so sehr. Ich mache mal Hydrobombe zurück. Äh, Hydropumpe. Bombe. Hydrobombe. Auf jeden Fall alles bombt, was man hier sieht. Der sieht gut aus. Den Rest müssen wir jetzt mal so probieren, runterzufahren. Obwohl ich sehe schon, das dauert viel zu lang. Ich gehe auf Nummer sicher. Komm, ich mache lieber Eisstrahl. Wenn ich jetzt gewartet hätte und hätte gefühlt zwei volle Charge Moves und dann macht er plötzlich einen Move und dann bin ich tot. Da hätte ich mich geärgert. Ich stelle mich jetzt hier hin. Das ist Lucario. Wenn der jetzt gegen Registrier geht, ist Registrier gleich am Arsch. Also, ich muss eigentlich, solange wie der noch dort rumwühlt, hier was machen. Aber der hat ja bestimmt auch Steigerungshieb. Macht gleich mehr Schaden. Und wühlt. Der füllt sich. Er macht Aurasphäre. Okay, kein Steigerungshieb. Okay, okay, okay. Wenn du jetzt was auf das Registrier klatschst, dann ist es tot. Ich glaube, das ist dein Sieg. Aurasphäre. Ich bin weg. Was soll ich denn machen sollen? Vorher Registrier rein. Dass der Registrier umrußt. Und wir mit dem noch dastehen. Noch ein bisschen wenigstens was übrig haben. Schaffen wir es, Stahl einzusetzen. Wir haben die Lichtkanone noch voll. Ich glaube, ich habe es noch gewonnen. Wir wühlen mal kurz. Lichtkanone voll. Nicht sehr effektiv. Er ist weg. Nein! Er hat noch Flunschlik. Warum? Er hat noch Flunschlik übrig gehabt. Ich habe zwei verloren. Ach, leck mich doch am Zügerli genau. Fünf gewonnen. Zwei verloren. Gute Sache. Aber Rang drei ist schon zum Greifen nah. Ise Grimm. Hallo. Hallo Ise Grimm. Was geht ab? Moskido. Sandan. Du bist Eis. Jetzt bin ich aber gut. Wehe, du hast noch einen Spukball oder irgendwas. Jetzt wechselt er raus auf Meditalis. Meditalis wäre was, was ich ja auch theoretisch nutzen könnte. Jetzt habe ich aber keine Ahnung, was ich jetzt hier am besten mache mit ihm. Nix. Doch irgendwas. Was kann der denn? Was hat der denn? Ich lasse mal einmal durch. Jetzt kommt er mit. Steigerungshieb. Ja, habe ich ja auch. Macht er jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich mache das Spiel mit. Wir machen wieder Traktorenrennen. Obwohl ich dann ja wieder keinen Kampf-Pokémon habe gegen seinen Sandan. Vor allem, wie schnell die immer sehen, was ich habe und direkt wechseln und reagieren. Und ich, der da steht und dann immer erstmal eine Stunde braucht, um zu schauen, was hat der denn da gerade stehen. Also, verkehrte Welt. Vielleicht hätte ich auch auf... Vielleicht hätte ich auch auf... Azumarill gehen sollen. Ja, da hätte der ja so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Ich meine, macht er jetzt hier auch nicht. Aber ich irgendwie auch nicht. Und es ist alles sehr komisch. Fällt er jetzt um? Mir fallen beide um. Und er hat noch beide Schilde. Ja, ich muss den nehmen. Ich muss mit Azumarill... Sieht der eigentlich jetzt meins und kann in Ruhe überlegen, was er dagegen nimmt? Dann wäre es ja doof. Dann hätte ich eigentlich was müssen, bis er seins reinholt und ich seins sehe, weil das der dann besser wäre. So. Ich habe keine Ahnung, was der hat. Was der macht. Eis. Giroball. Was ist Giroball? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein... Ich... Du greifst mit Eisstrahl an, genau. Guck mal! Du hast abgewehrt. Ey, du bist der Beste. Du hast mir eine Chance gelassen. Noch ein Giroball und ich bin tot. Wehrt er nochmal ab? Ich weiß es nicht. Der denkt jetzt, ah, der hat Eis. Brauche ich nicht abwehren. Also gehe ich lieber auf Hydropumpe. Ne, er wechselt. Und jetzt kommen die Oxys rein. Dioxys. Was macht Dioxys? Vor allem welches Dioxys hat er überhaupt? Und was mache ich hier jetzt mit ihm? Wir machen eigentlich gut Schaden. Na gut, er hat das Verteidigungsdioxys. Okay, er könnte jetzt... Ah, dann ist auch Donner. Oh ne, Steinhagel. Steinhagel und... Irgendwas anderes. Ich habe selbst die Oxys und ich weiß schon die Attacke nicht mehr. Passt perfekt auf jeden Fall. Hau mal weg. Sind wir wieder gleichzeitig tot? Kann das sein? Nö, ich lebe sogar noch. Du bist noch da mit deinem. Du kommst zurück. Ich habe noch meinen Regis-Deal. Ich glaube, das ist der nächste... Der nächste Kampf, den ich verliere. Er macht bestimmt wieder Giro Ball. Oder kann er noch was anderes? Er macht Nachthieb. Ein Nachthieb macht ja gar nichts. So, was ist denn jetzt mit Fokusstoß? Bringt mir das jetzt was oder nicht? Wenn er es durchlässt, ist er bestimmt tot. Er währt es aber bestimmt ab. Dann brauche ich wieder noch eine Stunde, bis ich es wieder voll habe. Noch ein Nachthieb. Machen wir Fokusstoß. Wenn jetzt unser Angriff irgendwie... geschmälert wird, dann war es natürlich ein Eigentor. Aber wir gucken es uns mal an. Es macht... nichts. Einen von ihnen werde ich doch noch überleben, oder? Also er macht Giro Ball. Aber Giro Ball macht bestimmt noch weniger Schaden. Und deswegen macht er immer so Nachthieb. Ich muss doch nur... Ich werde sogar noch einen überleben. Komm, jetzt kriegst du hier die Lichtkanone drauf. Weil die einfach eher fertig ist. Unabhängig vom Typ und Effektivität. Eine Lichtkanone. Und er ist tot. Wir sind nicht klanglos untergegangen. Wir haben wenigstens ein Match gewonnen. Aber wir haben immer noch zwei Matches ausstehen. Jetzt kann ich die Folge aber nicht mehr nennen. Moskito reißt alles ab. Weil eigentlich war der kaum im Einsatz. Oder wenn, dann ist er klanglos untergegangen. Am besten einfach nur... das erste Mal Moskito in der GBL. Mein Versuch damit. So, du bist ein Vogel. Soll ich dich mal anfallen? Und gucken, was passiert. Bitte mach keinen Move, bevor ich dran bin. Ich möchte jetzt mal das ausprobieren. Flug gegen Käfer, oder was? Die... 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 Die essen mich doch einfach nur auf. Ich wechsle mal kurz. Geh mal auf unser Blubberbläschen. So ein Eisstrahl wäre doch nett. Ansonsten weiß ich nicht, was der kann. Bestimmt nichts Gutes. Himmelsfeger. Zauberschein. Dann halt nett. Hättest du ja einmal mitspielen können, aber er lässt es. So, Eisstrahl auf dein wolliges Gefiederkleid. Und nix. Der ist viel zu gut. Aber mach ruhig. Der Eisstrahl füllt sich wieder, ja? Solange du nicht wechselst, ist alles super. Solange mache ich mir auch gar keinen Stress. Vor allem hast du die gleiche Farbe wie ich. Wir könnten Brüder sein, ja? Außer, dass ich halt nicht so ein komisches Kleid anhab. Aber trotzdem. Ich gebe dir Sternenburgbier. Der wehrt wieder ab. Dann wehr ab. Ich bin auch gleich tot. Das haben wir auf jeden Fall schon gut gemacht. Und ich kriege den nächsten Eisstrahl durch. Und er... Ey, hat er jetzt gewechselt? Nein, oder? Stirb. Warum hängst du auch mit dem Ding die ganze Zeit in der Luft? Du hättest so vieles machen können. Und was hast du gemacht? Nichts. Und jetzt kommt er rein mit Azumarill. Und ich kann euch jetzt schon sagen, nein, ich werde nicht schilden. Ich werde das alles aufheben für die Oxys und versuchen... Mit Stahl. Ah, mein Move ist voll. Ich habe gedacht, ich muss wechseln und bin tot. Nee, ich lebe halt einfach noch. Ja, ich werde versuchen mit Stahl. Ich hole erst mal ein Moskito rein hier. Guck mal, Moskito. Mach auch mal was. Zeig mal, was jetzt... Ah, jetzt hätte ich doch Anfallen wahrscheinlich mal nehmen können. Auf das Wasser. Käfer brauchen Wasser. Die ernähren sich doch davon. Komm ruhig durch. Mit was du da auch immer gerade machst. Eisstrahl. Yo. So. Wo? Ich muss mir... Ich muss sehen, du hast noch was in der Hinterhand. Also ganz so sicher darf ich mir nicht sein. Stahl. Auf. Fee. Das müsste doch jetzt sitzen. Oh. Wenn man da jetzt sitzen dazu sagen kann. Einmal durchlassen. Ich vertraue drauf, dass das jetzt nicht so rein basht. Ich alles andere abwehren kann irgendwann. Und alle Moves, die ich übrig habe, gegen das letzte Pokémon, was er aufbringt, nutze. So. Ich nehme mal zur Sicherheit... Ich weiß ja nicht, was er noch hat und wie stark das andere ist. Ich nehme zur Sicherheit mal ein Schild. Versuche ihn mit Zielschuss umzubringen. Was gerade so funktioniert. Und er kommt mit... Was ist das? Panzer Aeron. Kampf gegen Stahl. Aber er hat Flug gegen Kampf. Machen wir mal Fokusstoß da drauf. Schaffen wir noch einen Fokusstoß drauf vielleicht. Wir haben zum Glück ja noch ein Schild übrig, was wir einsetzen können. Ah, die Schatz. Dürfte also theoretisch jetzt funktionieren. Wir sind noch gleich voll. Genau. Das dürfte ausreichen. Ich weiß jetzt, habe ich drei verloren und zwei gewonnen dann? Oder habe ich drei gewonnen und zwei verloren? Ich freue mich ja immer über die Pokémon-Belohnung. Aber ich glaube, ich habe nur zwei gewonnen. Also werde ich keine kriegen. Ansonsten sitzt die Belohnung, die Pokémon-Belohnung hier neben uns. Guck mal! Ich habe die Pokémon-Belohnung freigeschalten. Ja! Da freut sich aber einer. Nächster... Wie nächster Kampf? Ach, das waren noch gar nicht alle. Das fehlt noch einer. Das heißt, ich habe zwei gewonnen und zwei verloren. Und jetzt kommt die Entscheidung. Wenn ich es jetzt schaffe, kriege ich die Pokémon-Belohnung. Wenn ich es nicht schaffe, kriege ich gar nichts. All Might 1985. Der ist ja schlecht. Und der kämpft mit Seemon. Wird wieder interessant. Oder auch nicht. Jetzt hätte ich wieder probieren können, anfallen als Käfer gegen Wasser. Aber ich lasse mich ja immer dazu hinreißen, einfach das zu nehmen, was als erstes voll ist. Er hat auch hier abgeschildert. Ich schilde deswegen auch mal ab. Wenn der zuerst schildert, ist er ja selber schuld. Ich würde jetzt auch nicht nochmal Steigerungshieb nehmen. Ich würde jetzt... Genau, den Rest so versuchen. Mal gucken, was er jetzt hat. Er hat nämlich... Ein, jetzt schnell umschalten. Er hat wieder Wasser. Wo, Jelin? Jetzt probiere ich aber mal anfallen, weil anfallen ist nämlich gerade voll. Schmier dich da durch, du dreckiger Käfer. Anfallen! Hui, und er ist direkt tot. Und jetzt... Oh, das schmeckt. Ein rotes Shiny Absol. So rot wie mein Kampfsymbol. So rot wie mein Moskitoloser Körper. Zack, guck dir das an. Moskitolosiert komplett. Ich muss den Titel doch wieder ändern. Von wegen das erste Mal Moskitol. Nein, Moskitolosier. Moskitolosier zerlegt komplett. Zumindest den letzten Kampf in der letzten Runde, ja. Das muss man ihm ja lassen. Irgendwie aktualisiert sich das immer nicht. Aber ich habe jetzt hier ein Lichtl. Mhm. Ist das etwa der Oktober-Sea-Day? Wir werfen mal kurz den Ball drauf. Die Frage ist, was ist eigentlich der September-Sea-Day? Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, am Mittwoch, 7.09. Da ist noch nichts angekündigt. Wir bewerten den auch mal. 15 Angriff wenigstens geht in die nächste Runde. Wir sind bei 38 Minuten. Komm, ich habe gesagt, bis ich verliere, dann ist Feierabend. Aber hey, ich habe es geschafft, die Pokémon-Belohnung abzuholen. Das heißt, ich mache einfach noch ein Fünfer-Set. Irgendwie macht es gerade Spaß wieder. Es ist, wenn du ganz am Anfang stehst und wieder gar keine Ahnung hast, welche Pokémon könnten kommen beim Gegner, welche Attacken könnten die alle haben, was hast du, was haben die, wer macht was, oh mein Gott, warum habe ich jetzt gewechselt und dann auch noch auf den Wasser-Pokémon, bin ich dann komplett bescheuert. Das war die schlechteste Idee. Ich hätte mit diesem Ausgang einfach jetzt zufrieden sein müssen. Nein, man ist ja gehypt, weil man ja mehr gewonnen hat. Jetzt macht er Durchbruch. Und ich habe mein Schild versemmelt. Hätte ich es gut sein lassen einfach. Hätte ich es gut sein lassen. Jetzt denke ich mir so, okay, da kann eh nur Durchbruch. Ich mache nichts mehr. Und dann kommt er bestimmt wieder mit was anderem zurück. Und dann haut er rein. Und dann ist es zu viel. Aber wie ich sehe, hat er hier eine Pflanze, was gut gegen mich ist, Elektro, was gut gegen mich ist. Also der trumpft hier ganz schön auf. Aber dafür bin ich auch gleich tot. Unlicht hat er noch drin. Das heißt, ich hole einfach mein Moskito zurück. Wenn du mit Unlicht kommst, deine Pflanze trübt mein Gewässer. Drum haue ich in dein schwarzes Loch. Wir sind heute poetisch. Pötisch. Der wäre fast tot. Ich brauche den. Ich brauche den. Hat er jetzt aufgegeben? Nein. Was macht der? Es hängt. Ich bin bestimmt wieder tot gleich. Reitschuh. Nein. Ich habe doch auf Anfallen gedrückt. Warum eigentlich? Anfallen hätte mir doch jetzt gar nichts gebracht. Gut, ich versuche mit Zielschuss seinen Reitschuh zu töten. Dabei gleichzeitig meinen Move zu laden. Und auf alles, was jetzt kommt, drauf zu knallen. Weil er hat ja irgendwas anderes noch übrig. Nichts nehme. Nichts überhaupt. Was ist jetzt? Was ist? Warum gehen immerzu die Dinger weg? Was ist das? Tu Kanon. Normal. Normal und Flug. Wir haben Kampf. Kampf. K-A-N-F. Wir haben Kampf. Schaffen wir es jetzt? Den Rest noch? Bitte. Nein. Er kommt und hat so wenig Energie. Und startet einen Angriff. Ich habe noch nie gegen Tu Kanon gekämpft. Ja. Das ist irgendwie gefühlt gegen... Egal, was du bringst. Ich habe noch nie gegen es gekämpft. Und gewonnen. Ja. Ich habe Feuer gemacht. Tu Kanon. Und das war ein sehr gutes Match. Melde dich bitte mal bei mir. Ich gebe dir ein bisschen Vogelfutter. Bruder. Schwöre auf alles. Wie hieß der Gegner? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es ja wichtig, sich mal zu merken, wie der Gegner heißt. Kampf beginnt. Kampf. Da Gambo. Ai, ai, jo. Da Gambo. Oder so. Da Pi, ba, da Bo. Da Bu, de Bibi, da Padambo. So. Jetzt anfallen. Komm, ich habe draus gelernt. Wir nutzen anfallen. Abfahrt. Buh, buh, buh. Habe ich mal irgendwo in der Werbung gehört. Ich selber kenne das Original gar nicht. So. Das sah aus, als würde das gar nichts machen. Sein Angriff sinkt auch. Was kann der mir anhaben? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal durch. Größter Fehler ever. Eisstrahl. Ich bin fast tot. Sein Angriff ist gesunken. Das heißt, ich steigere meinen Angriff mal gleichzeitig. Um ihn ein bisschen zu verwirren. Das mit dem Anfallen hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Meiner steigt. Seiner ist geschwächt. Schaffen wir es nochmal zu Anfallen zu kommen? Als Überraschung. Ich probiere es. Eisstrahl. Wie viel braucht er bei Eisstrahl? Eins, zwei, drei, vier. Ey, wir schaffen das mit dem Anfallen. Komm. Wir haben es geschafft. Gut. Wir schaffen Anfallen. Ich fall dich an. So, ich fall hin und auf dich drauf. Ich fall dich an. Und. Nicht sehr effektiv. Angriff sinkt. Schon wieder. Mach nochmal einen Move. Hau mich ruhig weg. Ich opfer mich jetzt fürs Team. Ich opfer mich. Du Eisstrahlst mich. Ich komm mit deinem Bruder um die Ecke. Und wir zeigen dir jetzt, wo es lang geht. Du kannst da ruhig. Weiß ich nicht. Nochmal Eisstrahl machen. Ich mach auch noch Eisstrahl. Alle machen Eisstrahl hin und her. Zieht ja sowieso nichts ab. Eisstrahl ist schon eingelockt. Rubel die Katz. Guck dir das an. Wir haben den ersten Kampf gewonnen. So. Wir müssen nur noch zwei gewinnen. Dann passt das wieder. Pokémon Belohnung ist wichtig. Du hast ein Tropius. Ich tu mal den hier rein. Weil du damit ja nicht rechnest. Mach mal Lichtkanone drauf. Was kann der? Ich weiß es nicht. Aber wir halten was aus. Wir lassen uns nicht von seinen Pflanzen einschüchtern. Vielleicht. Aero Ass ist nix. Hier Lichtkanone. Knallt. Oder. Lockt sein Schild raus. Wir müssen den Eisstrahl drauf zimmern. Aber er schildet nicht. Habe ich den Eisstrahl eigentlich aufgeladen beim Azumarill? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Sieht aber auf jeden Fall gut aus. Er müsste ja spätestens jetzt schilden. Sonst ist das Ding auch weg. Wir können so lange die Zeit hier raus zögern. Schilde. Genau. Ja. Meinetwegen dann. Mach halt Laubklinge oder irgendwas. Ja. Mach da. Ist aber auch nicht so effektiv. Ich würde sagen. Wir müssen nur noch einmal zur Lichtkanone kommen. Ich habe gesehen. Azumarill ist gerade wieder fertig geworden. Möchte wieder rein. Will den Hot Tag. Er ist aber jetzt tot. Ich weiß nicht wie weit wir beim Azumarill sind. Er holt jetzt Altaria rein. Oh mein Gott. Und er hat aufgeladen. Stimmt. Wir brauchen Eisstrahl jetzt aber wirklich. Er hat nämlich Flug und er hat Drache. Das heißt eigentlich müssten wir ihn jetzt komplett auseinander nehmen. Himmelsfäger. Ein Eisstrahl. Komm. Der müsste doch jetzt doppelt, vierfach effektiv sein. Mit ganz viel einfach farbehaft. Und brrrr. Reicht aber noch nicht. Reicht noch nicht. Mach jetzt keine Faxen. Komm, 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 komm. Oh, der macht noch ein Move. Wenn der jetzt was abzieht. Jetzt habe ich so wenig Energie. Ich hätte den ersten durchgehen lassen sollen. Und jetzt. Ich bin fett. Ich halte was aus. Ich hätte den ersten aber durchgehen lassen sollen. Damit ich halt, wenn ich volle Energie habe, nur noch die Hälfte habe. Und dann, wenn ich die Hälfte habe, dann abwehren. Damit es nicht brenzlig wird. So war es jetzt knapp. Wäre ja sein können, dass es mehr Schaden macht. Und ich es eben nicht wegstecke. Aber ich bin ein Osterei. So, zweiter Kampf gewonnen. Super. Super, Ingo. Danke. Nicht Diesel. Super. Respektvoll. 11.08. Moskitos zum Becks. Ich trinke ein Becks vielleicht. Das ist wieder Boden. Und das ist auch wieder Wasser. Und das ist auch wieder alles. Und guck mal, der Konda macht auch gut. Und guck mal, der Konda macht auch gut. A guten macht der Konda. Da machen wir jetzt Steigerungshieb. Weil das sieht ja gut aus, wenn wir dann noch mehr machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt aber... Sollen wir ihn abwehren? Der macht bestimmt wieder Aquarubitze. Ich lasse es mal durch. Und... Ich habe es schon wieder bereut. Jetzt habe ich mich so schön gesteigert. Flunschlich. Da können wir aber noch mal draufhauen jetzt. Also bei dem... Bei dem ersten bin ich richtig gut und mache Schaden. Beim zweiten bin ich richtig gut und mache Schaden. Also... Egal was die wollen. Gegnerische Attacke. Mir ist egal. Ich wäre ab. Ich haue jetzt weiter drauf. Ich bin noch mal gesteigert jetzt. Also... Du machst ja kaum was bei mir. Ich mache ganz viel bei dir. Das dürfte sich vielleicht sogar ausgehen. Und vielleicht geht es sich auch bei seinem Sumpex. Er holt keinen Sumpex rein. Nein. Er holt jetzt ein. Ich habe es gar nicht gelesen. Das ist irgendwas mit Fee. Ein Fee. Ein Fee. Ein Lee. Ein Nara. Okay. 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 Da wäre es jetzt schön. Hier Stahl. Einfach mal Stahl drauf. Aber er hat noch alle Schilde. Das würde nicht funktionieren. Sein Sumpex. Mit Boden. Ich habe Wasser. Wird er vielleicht auch einknicken. Oh. Der lässt den auch durch. Was macht er denn? Ich habe keine Ahnung, was er macht. Der wechselt wieder raus. Der wechselt einfach immer durch, wenn er gerade wechseln kann. Und ansonsten... Macht er gar nichts. Großartig. Muss man nicht verstehen. Eisstrahl. Abgewehrt. Zack, zack, zack. So soll ich jetzt auch abwehren? Ich wehre mal ab. Obwohl das wahrscheinlich bei mir gar nichts gemacht hätte. Großartig. Ich habe doch jetzt gewechselt das Pokémon. Jetzt will ich es nicht mehr wechseln. Ich wollte meinen Move voll machen und dann raus wechseln. Und was macht er? Tot. Toll. Und jetzt ist mein Move kaputt. Und du bist sehr effektiv. Und ich habe nichts mehr. Und du hast noch ein Schild. Und du hast noch dein blödes Felinara. Oder was? Jetzt macht er bestimmt Erdbeben. Ey. Es sah so gut aus für mich eben. Ich habe gedacht, ich wechsle kurz. Er macht seinen Move. Ich habe mein voll aufgeladenes noch übrig. Wir machen das Ding. Wir sind ein Team. Und nix. Ich habe den Sieg schon geschmeckt. Felinara. Ich dachte, was macht er? Der lässt sich alles... Der lässt alles von sich sterben. Der wechselt nur raus. Der ist keine Gefahr. Jetzt hat er mich so aufgemischt von hinten. Das ärgert mich jetzt. Das wäre nämlich meine Pokémon-Belohnung gewesen. Jetzt habe ich wieder keine. Aber egal. Es ist noch nicht vorbei. Kampf beginnt. Ramses der Dichte. Tiny. Oder Teenie. Zwölf... Teenie? Das ist eine Jugendliche. Oh, Nachtara. Sehr schön. Da können wir doch bestimmt jetzt mächtig Schaden machen. Du wechselst doch bestimmt jetzt wieder raus. Ja, du wechselst aber auf Eis. Mal das Eis. Wechselt auf Eis. Aber ich habe doch Kampf. Das heißt, ich knall doch immer noch rein. Guck mal, wie viel Schaden ich jetzt mache. Los, holst du mal wieder rein. Dein Nachtara. Das ist bestimmt für die Nara, genau. Dann wechsel ich jetzt auch. Weil nochmal lasse ich mich jetzt nicht aus dem Boxhorn jagen. Ins, ins Boxhorn, aus dem Boxhorn. Irgendwo rein halt. Felinara, Psyjana und Nachtara. Psyjana war gar nicht dabei. Ich habe schon wieder vergessen, was dabei war. Wir hatten Nachtara. Glaciola, ja, Glaciola war das zweite. Okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Alles gut. Mosquito brauche ich auf jeden Fall noch fürs Nachtara. Wir können hier alles an diesem Felinara rausgeben, was wir da haben. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Da ist der Kampf theoretisch schon entschieden, bevor er überhaupt gestartet ist. Und das meine ich ja. Was? Wie das meine ich? Das weiß ich selber nicht, wie ich das meine gerade. Aber... Nein! Es hat schon wieder gehangen. Ich dachte, ich bin tot. Na, ich bin nicht tot. Aber ich habe mir noch meinen Eisstrahl gegen Nachtara. Mit beim Yellow Egg. Eis. Zack. Wieso hat Nachtara schon wieder so viel Energie? Und jetzt auch noch gegnerische Attacke. Ich lasse es mal durch. Du bist ein Unlicht-Pokémon. Du wirst mir nicht gefährlich, oder? Doch. Gut. Habe ich dich unterschätzt. Nochmal Steigerungshieb drauf. Ich dachte, wenn ich so krass effektiv gegen dich bin, dann ist das jetzt nicht so krass, was du mit mir machst. Aber, ja. So, nochmal weg. Ich habe immer noch ein Schild. Ich habe noch mein... Jetzt hätte ich wieder durchlassen müssen. Es ist doch eh... Der greift gleich nochmal an. Lass doch erstmal durch, wenn du volle Energie hast. Du drückst wild die ganze Zeit drauf rum und dann setzt du schon ein und dann war es Quatsch. So, Lichtkanone ist eher fertig. Deswegen mache ich Lichtkanone. Obwohl Fokusstoß ja wohl mehr Schaden gemacht hätte. Aber der hat ja eh eigentlich keine Energie mehr. Reicht. Komplett. Tod. Pokémon-Belohnung. Ein Kampf noch. 3 zu 1 wird es... 3 zu 2 wird es 4 zu 1. Guckt mal uns an. Gucken wir uns an. Super Liga. 52 Minuten. Ich wollte doch gar nicht eine Stunde machen. Habe ich gesagt. Wir machen, bis ich sterbe. Und dann bin ich schon gestorben und jetzt machen wir immer noch. So macht ihr das mit mir. Und dann sehe ich, ich habe gar nicht aufgenommen. Connection. 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 Wie auch immer. Sprecht, wie ihr wollt. Lasst mich in Ruhe. Maskito. 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 Ich bin Maskito. Und du? Ich sehe so cool aus. Schau mich an. Ich glaube, die Investition war gut. Es macht Spaß mit Maskito. Also das bisschen, was ich da ausgegeben habe. Das... Das fetzt schon. Guckt ihr es an, wie es fetzt. Hier, das fetzt so sehr. Aquana kommt noch nicht mal dazu, überhaupt irgendeinen Move zu machen. Weil der hat wahrscheinlich nur einen Move. Keinen zweiten. Dann hat er einen, der ewig braucht. Oder so. Lassen wir das jetzt durch. Ich schilde mal. Weil ich ja gerne sehen möchte, was danach noch kommt. Jetzt macht er auch noch Nassschweif. Wenn der jetzt noch einen Nassschweif hat, dann überlebe ich den vielleicht. Ansonsten wäre es jetzt wieder Quatsch. Meine Denkweise mit. Ich gehe mit meinen Moves in das nächste. Und ich bin tot. Also so habe ich es mir eigentlich nicht gedacht. Aber egal. Holen wir halt Azumarill rein. Versuchen, den Rest wegzumachen. Nachdem Aquana folgt hier Flunschlik. Er kommt wieder mit Donner an. Da müsste ich vielleicht wechseln. Der mir jetzt auf den Sack gehen will. Er hat geschildet. So. Wir sind erstmal gut. Der darf mich halt nicht grillen. Ist sein Move so stark? Ich lasse ihn einmal durch, weil ich ja noch viel Energie habe. Ansonsten würde ich schilden und versuchen ihn mit... Hm? Das ist nämlich die Hälfte weg. Ich muss die Hydro-Pumpe durchbringen. Boah. Wie schnell macht der den? Schaffe ich es zur Hydro-Pumpe? Ich weiß es nicht. Schaffe ich es zur Hydro-Pumpe? Er macht nochmal Ladungsstoß. Wir sind gleich... Jetzt wechselt er. Nein! Lass mich raus. Dann gehe ich jetzt hinterher. Ich habe ja meinen Move voll. Du bestimmt nicht. Und wir machen das jetzt so. Du machst Flug. Du machst Wasser. Du hast bestimmt noch... Knirscher. Wutanfall. Ja, dann kommen wir jetzt mit Lichtkanone an. Komm, 4-1 kann noch werden. 4-1 kann werden. Es muss hier nur ein bisschen... Nochmal werde ich nicht groß. Nein! Er war... Die Lichtkanone war doch voll. Ich brauche es aber jetzt. Wenn ich jetzt sterbe... Jetzt macht er Knirscher! Und die Lichtkanone war voll. Ich darf hinterherziehen. Ich habe es überlebt. Er ist tot. Wenn ich jetzt mit der Zumarill reingekommen wäre... Ich hätte jetzt nicht meine Hydro-Pumpe machen können. Die brauche ich doch. Die brauche ich doch jetzt für den Fisch. Sonst wäre ich wieder ohne was da gestanden vor dem Fisch. Und der hätte mich gegrillt. So dürfte die Hydro-Pumpe vielleicht durchgehen. Und volltreffen und ihn rausschmeißen. Du hast gewonnen. 4-1. Ich weiß nicht mehr, wie es beim 2... Achso, doch. 5, 5 zu 0, 3 zu 2, 4 zu 1. Ist doch okay, oder? Kann man auch mal abholen hier, was man da so drin hat. 5 von 5 ausgetragen. Hier ist noch ein Quapsel drin. Da müssen wir ordentlich werfen. So. Jetzt hüpft er wieder hoch. Kurz bewerten noch das Quapsel. Noch Levelaufstieg mitnehmen. Kurz die Statistik noch angucken. Für jetzt, für die ersten 3 Sets, die ich je gespielt habe in der Superliga. Von dieser Saison. Einfach mal geguckt und... Wozu gucke ich überhaupt? Rang 4. Kann ich ja, wenn ich bei Pupsie bin, ganz oft dann hier nebenbei ein bisschen GBL zocken. So. Wie sieht es aus jetzt? 15 Kämpfe und 12 Siege. Ist doch vollkommen in Ordnung, oder nicht? Dafür, dass man keine Ahnung hat und jedes Mal wieder von 0 anfängt und denkt, was ist das? Was macht der? Nö, reicht. Finde ich gut. Wenn ich auch so sehe, beim letzten Mal. 130 Siege bei 215. 260 wäre das Doppelte. So viel habe ich nicht gemacht. Ich habe immer mehr... Ich bin immer über die 50%. Sag mal so. Finde ich also gut. Reicht mir vollkommen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Das lade ich jetzt noch schnell hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses. Was ist euer Superliga-Team? Welche Pokémon in welcher Reihenfolge mit welchen Attacken spielt ihr? Und mögt ihr die Superliga oder lasst ihr die immer aus und wartet auf Hüber oder Meister? Schreibt es mal rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out forhaut. Euer Ramses. Peace out forhaut.